Ja, jetzt wo wir die Power Rüstung haben, lassen wir den ganzen Dreck hier unten erstmal liegen und ich denke, wir können uns jetzt endlich mal gezielt um die Death Boss kümmern. Das wird nämlich verdammt nochmal Zeit, dass wir die auch mal loswerden. Wo ist der Aufzug? Da ist der Aufzug. Rinn. Gut, steht da oben. Er redet mit sich selbst anscheinend. Look at that ass in the Power Rüstung. Dead ass. Ja, die Death Claws sollten jetzt nämlich eigentlich machbar sein. Blöden Strich. Wir kommen hier auch nochmal zurück und werden unser Zeug auf jeden Fall noch verticken. Aber zuerst kümmern wir uns, wie gesagt, um die Death Claws. Beziehungsweise sollten wir erstmal, wenn wir da unten ankommen, Platz im Inventar schaffen. Äh, ja. Aber erstmal raus hier und zum Junkyard, zum Junkyard zurück. Ah doch, Junkyard. Bin mir grad nicht hundertprozentig sicher. Das war dumm. Eigentlich hätte ich jetzt hier Junktown. Eigentlich hätte ich jetzt hier erstmal, äh, die Waffe wechseln müssen. Falls ich jetzt in Kampf komme, ist es schade. Also ich glaube, wir müssen zu Junktown relativ sicher. Schauen wir mal. Yeah, move. Alright. Junktown. Ne, was? Mit Junktown. Egal. Jetzt können wir auf jeden Fall schon mal die Waffe wechseln. Auch wenn wir hier falsch sind. Äh, beziehungsweise die Waffe wieder hinzufügen. Äh, eventuell könnten wir sogar Schiss verkaufen. Aber das machen wir jetzt nicht. Wir kümmern uns erstmal. Wo hab ich denn die Waffe hingetan? Where is it? Da ist er. Haha. Okay. Gut. Und laden wäre auch nicht verkehrt. Genauso auch mit der anderen Waffe. Laden. Yeah, yeah. Alright. Äh, und dann schwingen. Okay. Gut. Dann war es nicht hier, sondern irgendwas anderes. Boneyard. Äh, Moment. Boneyard? Nicht sicher. Ne, ich glaube Boneyard war es auch nicht. Ah, Kampf. Gut. Ne, doch nicht. Wer seid ihr denn? Polizisten vom Hub? Polizisten, Polizisten, Polizisten. Polizisten. Pass auf deine Skriebs auf. Scrapt me ass. Bye. Keine Ahnung. Warum ihr mich jetzt aufhalten musstet. Aber es ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil ich wollte hier hin. Ziemlich sicher. Oder? Wollte ich hier hin? Ne, das der Hub. Der verdammte Hub. Entrance. Da wollten wir jetzt auch erstmal nicht hin. Die Map ist irgendwie irritierend. Ja? Boneyard. Go. Äh, dann doch Boneyard. Klar. Ne, war doch der richtige Weg. Alles klar. Und Kampf. Toll. Ich hatte gehofft, mich greift jetzt keiner mehr an. Nachdem ich die... Die PWR-Rüstung habe. Aber da hab ich mich wohl getäuscht. Soll ich sie kalt machen? Theoretisch, praktisch ja. Ich muss nur erstmal ran. Komm mal her. One hit, I hope. Pam. Ne. Double hit. Na gut. Jetzt werden die alle angreifen. They are raping me. Zur Sache. Ja, stellt euch ein Reihenglied auf. Finde ich gut. Kriegt das gleich besorgt. Aber derbe. Ah, du willst es also zuerst? Was? Ja, der haut ab. Das war so klar. Okay. Ist gut jetzt. Ihr könnt mir eh nichts anhaben in der Power-Rüstung. Ganz ehrlich. Was ist los mit euch? Lutscher. Oh, wirklich? Komm mal. Pam. So. Dann gehen wir doch mal ein Stückchen weg. Ah. Der hat Angst vor mir. Okay. Ja, die werden bestimmt alle abhauen. Die Loser. Vom Dienst. Tötet diesen Idioten. Der haut mit Sicherheit auch ab. Ne? Okay. Dann ist er selten dämlich. Guck mal, was sie mich umkreisen. Ja. Okay. Tschüss. Der ist dead. Und. Weiter geht's. Ah, der haut tatsächlich ab. Was für ein Schisser. Überlasst mir das Schwein. Aha. Ich hab euch nicht drum gebeten. Ganz ehrlich. Ihr seid selber schuld. One hit. Immer in Bewegung bleibe. Obwohl die mich eh nicht treffen. Jetzt sind ja nur noch drei Stück. Dann kicken wir doch mal den nächsten aus dem Bild. Bye. Oh, er lebt noch. Na, der wird abhauen. Gehen wir ihm doch gleich mal hinterher. Macht das Schwein alle. Ja, der rennt weg. Gut. Distanzwaffe. No can do. Bye. Uh, der ist sowas von tot. Ah, der wird abhauen. Ihr hättet euch nicht mit mir anlegen dürfen. Just saying. That's it. Gott, bis der jetzt weg ist, ey. Ah, der ist steh geblieben. Na gut. Dann gehen wir ihm halt hinterher. Glaub zwar nicht, dass das was bringt. Denn einholen werde ich ihn wahrscheinlich nicht mehr. Nicht wirklich. Äh, nein. Der wird jetzt aus dem Bild laufen. Ah, noch nicht ganz. Aber fast. Ich könnte ihm in die Rücke schießen, aber ich seh's auch irgendwo nicht ein, dafür jetzt Munition zu verschwenden. Bye. Echt jetzt. Aber jetzt. Bye. Weg, weg. Opfer. Okay, cool. Kampf verlasse. Na, Kampf verlasse. Danke. Was? Wieso bin ich immer noch im Kampf? Na gut, dann geh ich halt auch weg. Die können mich mal. So, ab, runter da. Hauptsache mal EP ingefarmt. Alright. Boneyard. Da sind wir. Additim. Laguerre. Da wollen wir hin. Ab geht's. Da ist doch schon mal direkt ne Deathclaw. Bevor wir irgendwas tun, laden wir. Und dann greifen wir das Vieh an, ne? Oder so. Na, kommst du? Nein? Okay. Und wieder weg. Noch ein Stück. So, jetzt solltest du... Ah, die greift gar nicht an. Okay, dann gehen wir halt so ran. Gut, jetzt aber. Ja, zwei Punkte getroffen. Nicht so schlimm. Und in Bewegung bleiben. Ja, ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit, das Vieh... Oder die Viehschere mehr Zahl zu killen. Das sollte eigentlich sogar relativ easy von der Hand gehen. Und weg hier. Fuck you. You'll be dead. AF. Hoffe ich zumindest. Noch haben sie mich nicht so wirklich gut getroffen. Das kann auch von mir aus so bleiben. Das war jetzt natürlich ein kurzer Fluchtweg. Das heißt, es wird zweimal angreifen, ja? Und zweimal nicht treffen. Das ist auch okay. Wir sollten immer den straighten Rückzugspunkt wählen, weil dann kann er nur einmal angreifen. Ja, so sieht es nämlich aus. Wie, du lebst noch? Gut, da war nichts mehr mit straighter Rückzug. Hat trotzdem nochmal angreifen können. Das ist toll. Oh, verfehlt. Schade. Gut, die Powerrüstung federt doch jetzt alles ab. Und das lebt immer noch. Ich werde nur das Gefühl nicht los, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass hier noch mehr Deathclaws sind. So, erst mal die Kampf verlasche. Dann gucke. Nichts. Alles klar. Gut. Also schon mal eine weniger. Tausend Erfahrungspunkte. Not bad. Müssen aber noch mehr sein. Ah, irgendwo da. Okay, cool. Ähm, ja. Erst mal da rüber. Und dann warten wir, bis das Vieh hier ankommt. Oh, zwei. Uncool. Da hat sich eine versteckt. Das finde ich jetzt gerade mal nicht so geil von euch. Ehrlich nicht. Jupp. Muss jetzt leider erst mal mich da runter verpissen. Oh, so weit geht es gar nicht da runter. Schiat. Jetzt könnt ihr herkommen. Okay, komm. Ach, die kommen eh beide an mich ran. Jupp. Aber können auch beide nicht aggreifen. So, die müssen wir jetzt im Auge behalten, weil das wird unser erstes Opfer werden. Mit zwei wollte ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich direkt mich anlegen, aber was muss, das muss. Ah, die konnte nicht angreifen. Hervorragend. Und runter da. Ist immer noch die da. Pam. Und weiter runter. Drei Stück waren hier oben, glaube ich. Das ist tatsächlich so. Ah, jetzt haben sie die Seiten getauscht. Das musste ja sein, ne? Um mich zu verwirren, natürlich. Was sonst? Oh. Ich sollte das im Auge behalten. By the way. Natürlich blöd, dass ich jetzt wirklich beide auf mich losgehen müssen. Okay, ich glaube, jetzt tauschen sie wieder die Seiten. Pam. Oh Mann. Why are you still alive? Aber die müsste demnächst auf jeden Fall draufgehen. Dann legen wir sie neben ihren kleinen Bruder da. Irgendwas mit Partygesprächsstoff im Text. Und sie lebt immer noch. Fuck it. Mhm. Hm. So, jetzt aber. Die. What? Ja, da runter werde ich sie vielleicht nicht legen können. Die andere aber. Au. Ohne Schaden Crit Hit. Mhm. What is jetzt happening? What is now happening? Echt jetzt? What is it? Ach so, das Ding ist im Weg, ne? Jo. Na gut, dann können wir euch vielleicht doch da unten dazulegen. Ach, doch nicht. Fuck it. Double attack. Fucking shit. Okay. Bam. Dead. All right. Und weg hier. Und dann. Palm. Und weg. Edith. 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 Es dauert ein bisschen, bis wir das hier im Griff haben, aber sollte gleich auf jeden Fall klar gehen, dass das Vieh stirbt. Hoffentlich. Move. Doppel-Attacke. Ein TP. Wow. One-Hit-Opfer. Und weg. Deadass. Ja, da hätte ich jetzt auch dran gekrabbelt. An deiner Stelle. Deathclaw. Undeadass. Au. Okay. Ich habe blau Fleck bekommen. Hau. Komm her jetzt. Und dann musst du leider sterben. Deathclaw. Claw. Äh, pff. Oder auch nicht. Weil du nicht sterben willst, ne? Au. Okay. Ein Trefferpunkt. Und die Rüstung wurde beschädigt. Uncool. Und ich kann nicht auch greifen. Weil ich nicht genug Aktionspunkte habe. Super. Ah, das ist das. Wenn die Rüstung beschädigt wird, habe ich weniger Aktionspunkte zur Verfügung, ne? Und er lebt immer noch. Fuck it. Ja. Jetzt komm her. Okay. Jetzt müsstest du aber beim nächsten Hit doch bestimmt endlich mal sterben. Wie viel HP haben die denn? Genug, offensichtlich. Äh, keine Munition mehr. Well, well, well. Ja, es musste ja passieren. Und sie lebt. Immer noch. Neun Trefferpunkte und ich liege auf dem Boden. Fuck. 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 Untertitelung des ZDF, 2020